Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down in Bermuda und wir werden heute auf die Waldinsel gehen. Mal gucken was wir dort alles finden können und dann starten wir auch gleich rein. Oh no, seht ihr das? Was ist hier los? Hilfe, Hilfe! Oh Gott, das gefällt mir schon wieder nicht. Na gut, na gut. Oh, hallo. Was? Oh, hallo, da. Was? Das hat mich jetzt ganz überzeugt, sorry. Irgendwie hat mich die Ente zu sehr abgelenkt. Die hat nämlich einen Schal um, glaube ich. Ente, hast du einen Schal? Ah, ich hab keine Ahnung. Hä? Egal. So, wir brauchen hier Wasser. Okay. Und hier brauchen wir Energie. Oh Gott, das könnte hier alles interessant werden. Oh. Ah, ich hab's gar nicht gesehen. Oh. Ich muss irgendwie nach Hause kommen. Oh. Ein Hochzeitsbild. Sehr süß. So, gucken wir weiter, was uns hier erwartet nach dieser Insel. Hier ist unser Portal, um wieder zurückzukommen. Okay. Okay. Gott, ich muss mir das merken. Oha. Nice. Also, Leute. Dieser Busch sieht sehr asymmetrisch aus. Gott, Leute, was geht hier ab? So. Hier ist nix. Diese Löcher sind verklechtig los. Hier sind kleine Häschen. Häschen, Häschen, Häschen. Die sind schon zuckersüß, die kleinen Häschen. So. Äh, hier brauchen wir auch Wasser. Oha, okay. Wie sieht's aus? Schlecht sieht's aus. Okay. Oh, hier sind Schäfchen. Hallo? Wo habe ich noch den Schlüssel liegen lassen? Ah, okay. Okay, 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 okay. Die sind alle falsch. Oh, ne Mac. Gut. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Oh Gott. Okay, okay, das wird ja interessant. Wer bist du? Ich bin froh, dass du hier bist. Der Strom auf der Waldinsel ist ausgefallen. Kannst du mir vielleicht helfen, ihn wieder Zugang zu kriegen? Oh Gott. Ich glaube, dieser Hebel bewältet was. Welcher Hebel? Oh. Okay. Okay, okay. Okay. Oh Gott, da war das versteckt. Okay. Witz ganz seltsam. Hä? Ah. Ah. Okay. Muss get up. So, gucken wir mal. Okay. Hallo? Ah. Goddammit, Alter. Was ist hier los? Spam. Spam. Nimm mal weiter. Hier ist noch einer. Okay. Gott, das dauert ja hundert Jahre. Wir haben ganz viele von diesen Teilen gesehen. Ich finde die ganze Insel recht süß, die Zeit war so viel wahr. Äh, was? Ich bin auf dem Bitzkitz unsicher, wie es das jetzt von uns will, aber ja gut. Äh, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Die Frage ist nur, welches ist denn das erste? Schwarz, Gelb, Weiß. Ähm, also, Grün. Das, ja. Ja, das bringt auch nichts, weil wir eine richtige Reihenfolge brauchen. Oh, das müssen wir hin. Die richtige Reihenfolge ist die Frage, der wir uns eigentlich stellen müssen. Ach so, von oben nach unten, von oben nach unten. Ah, okay. Gut. Von oben nach unten kriegen wir hin. Das heißt, weiß ist das nächste. Äh, gelb. Gott, Mann, da muss man sein Gehirn halt auch benutzen, ne? So. Jetzt. Und jetzt zuerst das Dreieck, dann das Viereck, dann das Ganze. Nicht? So dachte ich mir das jetzt gerade. Hm. Dann vielleicht, oh, genau anders. Hm. Seltsam, seltsam. Wie machen wir das? Ach so. Ups. Natürlich. Natürlich. Ah, die Lichterkette leuchtet. Wahnsinn! Der Strom ist wieder da. Ich habe gehört, du suchst nach Kugeln. Hier, nimm diese bitte als Dank für deine Hilfe. Oh. Dankeschön. Oh, wow. Fünf Kugeln sind nicht schlecht. Da sollten wir uns ranhalten. Dann gucken wir mal, was mit dir los ist. Wo? Ah. Ja, wir haben hier befreit. Megasüß. Kleiner Kerl, was ist los? Hallo? Sind da noch mehr oder sind noch mehr? Yes. Mal komm. Oh, sind die süß. Was sind das überhaupt für Wesen? Wow. Vielen Dank, Remda. Du hast uns gerettet. Willkommen auf der Waldinsel. Normalerweise geht es hier sehr friedlich zu. Bis plötzlich diese fürchterliche Kreatur aufgetaucht ist. Pass auf dich auf. Oh, und hier ist eine Kugel, die dir später helfen wird. Hihihi. Okay. Ah, da ist unsere Kugel. Sehr nice. Das finde ich schon mal gut. Hm. Was ist das? Was denn? Wo denn? Hä, wo bist du denn? Dude? Haha, Junge, wo bist du denn? Hallo? Oh. So. Ich hab auf jeden Fall das. Hier geht noch nicht so viel. Hä? Ich hab Milton verloren, ehrlich gesagt. Uh, das sieht auch irgendwie seltsam aus. Milton? Schick, leider. Ich hab Milton verloren. Ich scroll mal ein bisschen raus. So. Einen roten Schlüssel haben wir auf keinen Fall. Einen anderes Schloss hab ich noch gar nicht gesehen. Hä, wo zur Hölle ist mitten? Ah, da ist er. Bei den Bienennesten. Und das will ich nicht tun, wenn ich du will. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Ja, moin. Und jetzt? Ah. Was? Das gibt zwar nicht viel Sinn. Aber... Ja gut. Oh. Okay. Na gut. Oh, das ist aber auch noch nicht so gut. Äh. Äh. Wie könnte man das anders machen? Das macht alles keinen Sinn. Hä? Bin ich blöd, Leute? So, wie lösen wir dieses Rätsel? Das geht ja nur so. Oder so. Alles andere geht ja nicht. Hm. Bin ich verwirrt? Oh. Die nächste Frage ist, glaub ich, viel mehr, wie kommen wir, also was ist das Ziel? Der Brunnen wahrscheinlich, oder? Der Brunnen wahrscheinlich, oder? Yes. Ah, wir finden die Kugelsucker. Oh. Fette Riesenspinne, aber mit ner Kugel. Ah. Die haben Angst. Die kleinen süßen Viechers. Ja, jetzt sind die Steine hier kaputt. Okay. Ähm. Das sollte man nicht machen. Schnell. Lädte das Wasser hier und schocke die Kreatur. Okay. Bin mir sicher, dass man das nicht machen soll. Okay. Versuchen wir, das Rätsel aber zu lösen. Gucken wir erstmal, einfach so, wo uns das hin... Ah, den kann man nicht umdrehen. Okay. Mhm. Das führt uns zu Nix. Jetzt mal die Frage. Yes. Aber das ist nicht gut. Du hast es geschafft. Du bist die fürchtelige Kreatur losgeworden. Yippie. Juhu. Unser Held. Okay. Wow. Das ging schneller als ich dachte. Und da seht ihr nicht spielen mit Elektrizität und Wasser. Warte. Wir haben schon voll viele Kugeln. Hallo? Hm. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin gerade aufgestanden. So. Gucken wir mal. Was macht Mitten jetzt? Die Wand ist wirklich ein schöner Ort hier. Also ja. Sonst hast du nichts zu sagen. Also. Okay. Keine Ahnung, für was die Aromenschaft gerade war. Aber ja. So. Wir haben uns hier zumindest schon mal umgeguckt. Einen roten Schlüssel haben wir immer noch nicht. Was macht ihr so? Weil die Hässchen sind ultrasüßig. Kann man die irgendwie. Keine Ahnung. Oh. Ah. In den Baulocken. Das wärs. Yes. Kann man die alle gleichzeitig. Oh. Okay. Und ist der Hase hier. Komm. Geh in dein Haus. Hopp, hopp, hopp. Oh. Dafür kriegen wir weitere Kugeln. Aber. Das löst glaube ich noch nicht unsere Probleme. Zur Gänze. Wo ist denn dieses Teil mit den Kugeln? Hier. Nee. Okay. Dann suchen wir mal das Meer ab. Das sollte uns ja weiterbringen. So. Bei den Kleinen kann man nix machen. Gott. So. Hier waren wir schon, oder? Yes. Gucken wir nochmal. Ah. Uns fehlen gar nicht mehr viele Kugeln. Eigentlich will ich gar nicht nachgucken. Aber irgendwie ist man halt schon verleitet. dazu. Zu gucken. Wo sich noch Kugeln verbergen. Ich mein hier sieht's noch. Sehr. Spannend aus. Hier sind eben so. Komische Dinge. Die ihn irgendwie ablenken. Auf jeden Fall. Wo sind hier Kugeln versteckt. Ich mein das wärs halt auch. Das wär so richtig geil. Ähm. Ne. Nicht so wirklich. Hä? Oh. Hier ist noch eine Kugel. Die hab ich überhaupt nicht gesehen bei den Schäfchen. Hier haben wir auch noch eine Kugel bei unserer Pilzrätsel. Hey, mega nice. Man muss sich nur genau genug umgucken. Dauert halt ewig. Oh mein Gott. Seht ihr das? Wie gemein ist das denn versteckt? Das sieht man auch nur ganz kurz. Oh Gott. Ist ja furchtbar alles sanft. Oh. Hier auch. Boah. Die sind richtig gemein. Das sieht man nur so kurz. Okay. Ich glaube aber damit haben wir alle. Yes. Oh. Jetzt haben wir das Rätsel mit den Liedern endlich. Okay. Wir müssen gucken in welche Richtung die gucken. Hier. Der lila mann guckt auf jeden Fall in unsere Richtung. Der gelbe hier oben. Und der andere guckt dort nach oben. Und da haben wir auch schon die letzte Kugel. Einen Schlüssel haben wir jetzt aber keinen gefunden. Hm. Hm. Wie kommen wir in den roten Kiel? Das ist sehr sehr seltsam. Aber jo. Gucken wir weiter in die nächste Map. Oh. Schiffbruchinseln. Das finde ich ja interessant. Hier gibt's auch einiges. Was ist das für ein Ort? Oh. Du bist es wieder. Wie bist du hier hergekommen? Die Ente. Quau. Hm. Ich sollte vielleicht lernen, die Entensprache zu sprechen. Ja. Ich liebe die Ente. Alter. Das ist richtig gut. Okay. Okay. Also hier haben wir auf jeden Fall ne Brücke gewandt. Das sollte man schon mal merken. Hier ist eine Piratenflagge oder eine Flagge. Ja. Aber sammeln einfach mal ein paar von diesen Teilen auf, würde ich sagen. Das hilft meistens. Ah. Anfängerglück. Die anderen werden nicht so leicht sein. Okay. Mit uns hat ein Pirat geredet. Sehen wir den noch irgendwo? So. Milton hat nichts zu sagen. Okay. Gucken wir mal weiter einfach. So. Hier ist die Karte. Da unter dem Baum, Alter. Richtig assi. So. Das Polaroid dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Ja. Jawoll. Alter Leute. Guckt euch an. Wie gut wir sind. Gott. Alter. Was geht hier mit? So. Wir brauchen einen Orangen in den Schlüssel. Ach du Gott. Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Muss ich ja bestehen. Ah. Okay. Was bist du denn? Oh. Da hat sich ein altes Schiff in meinem Seetangenanbau verfangen. Wärst du so freundlich und würdest es für mich entfernen. Oh. Oh. Was ist das denn für ein süßes Vieh? Das ist ja mega cute. Alles da hinten. Oh Gott. Ist das süß. Ist hier so ein Axolotl. Nur ein bisschen. Halt. Noch ein bisschen. Ah. Hier ist der Pirat. Ahoi meine Lieben. Hahaha. Ich bin Bermuda Bill Bottomsworth. Der berühmteste Pirat im Bermuda Dreieck. Hör mal Freundchen. Ich habe noch nie eine Menschenseele getroffen, die den alten Bermuda Bill schlagen kann. Hast du das Zeug dazu? Meinen versteckten Schatz zu finden? Hahaha. Okay. Machen wir. Easy. Oh. Okay. Gut. So. Jetzt kümmern wir uns nochmal um den Seetangen. Wir dürfen wieder gebeten. Okay. Passt kurz. So. Hier wahrscheinlich. Ja gut. Und hier drüben. Hallo? Yes. Oh nein. Jetzt ist ein Riesenkrake aufgetaucht. Bitte hilf uns. What? Ja ja. Wir helfen dir gleich. What the fuck? Ich muss jetzt wieder auf die Steuerung. Aber ich will dem Kranken gar nichts tun. Das sieht voll süß aus. Irgendwie führt das zu nichts. Hm. Was? Aber was prägt uns das? Ah. Okay. Okay. Ah, hier ist der Pirat wieder. So. Wow. Können wir das drehen? Nee. Hm. Okay. Ja gut. Ja gut. Oh shit. Was genau machen wir mit dem Octopus, Leute? Der tut mir voll leid. Warum sollen wir dem wehtun? Kommt der mit? Ah. Okay. Jetzt habe ich es. Einmal so. Dann mal so. Okay. Oh. Hä? Das Ding ist, wir müssen ja hier rein. Das heißt, wir müssen ja von hier kommen. Okay. Und das hier bringt doch gerade gar nichts. Okay. Oh Gott. Alles schon. Aber gucken wir mal. Hä? What? Das ist aber gar nicht schlecht. Das heißt, wie können wir das anders angehen? Sind hier und wir könnten hier. Aber es bringt auch nichts. Na, versuchen wir es. Ach, come on. Na gut, na gut. Ach so, so würde vielleicht auch gehen. Na, versuchen wir doch das. Was wollte ich jetzt gerade machen? Ach so. Oh Gott, Alter. Was machen wir hier? Dieser arme Octopus, Alter. Der hat überhaupt nichts getan. Hä? Hallo? Oh. Oh. Oh ja. Nun kann ich zu meinem Seeternanbau zurückkehren. Danke, dass du für meine Sicherheit gesorgt hast. Ähm. Ähm. Dieser Octopus hat überhaupt nichts getan. Also ja, gegen die Spinne haben wir auch gekämpft. Und die hat obvias auch nicht so wirklich was getan. Aber der Octopus, der hat doch gar nichts getan. Also so wirklich gar nichts. So, wir müssen auf jeden Fall hier hin mit unserem kleinen Ding mal. Wo ist es denn? Wo hab ich es geparkt? Hier ist es. So, hier. Du musst hier ran. So. Und? Und? Du musst hier nach hinten. Hallo? Und zwar einmal im Kreis. Okay, jetzt hat es nicht geklappt. Shit. Dann müssen wir also hier hin. Hm. Wartet mal. So. Hä? Wartet mal. Wie können wir uns denn umdrehen? Haben wir die Möglichkeit uns umzudrehen irgendwie? Bin grad schon gemeint. Hä? Hm. Ah. Dann können wir uns respawnen. Legory. Denn wir müssen doch hier hinschießen. Ich bin grad zu dumm. Oh, hier ist noch so ein Teil. Wir müssen doch... Das ist noch hier hinschießen. Ah! Ich... Jetzt haben wir uns umgedreht, oder? Ne, haben wir nicht. Wartet mal schön. Okay. Wenn ich hier so lang gehen, sind wir ja auch verkehrt. Äh, das war so klar. So, wir müssen aber einmal verkehrt sein. So, okay, also hier unten kann man sich auf jeden Fall umdrehen. Das ist natürlich schon praktisch. Kann man den Button da drin drücken? Yes, okay, gut. Oh, hier ist auch noch eins. Okay, wow. So, hier muss es weitergehen. Ach du meine Güte. Äh, hä? Ah, achso, wir können da jetzt durchschießen. So, wo sind wir? Wir sind dort. Natürlich sind wir mal wieder verkehrt. Ah, jetzt. So, drehen wir ganz schnell um. Hören wir das schon. So, oh, da müssen wir auch noch drauf schießen. Am besten stellen wir es aber dorthin. So. Sehr nice. Du gemeine Landratte. Du wirst hier nie alle finden. Yes, okay. Das heißt, wir sind schon gut dabei auf jeden Fall. Dann gucken wir mal weiter. Denn hier müssen wir auch noch dieses Schiff anschießen. Oh. Oh. Oh, nice. Sehr, sehr nice. In der Übersicht können wir es glaube ich leider nicht sehen. Ne, da können wir nur sehen, wie viele Schlüsse wir haben. So, wir können mal gucken, wie viele Dinge wir haben. Oh, zwei noch. Sehr nice. Die letzten zwei sind immer besonders schwer. Ja, das hier können wir auch noch anschießen. Heihe. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Sehr nice. Ey. Sogar mein Papagei hätte den finden können. Wahaha. Okay, aber wir haben ihn auch gefunden. Das ist halt egal die Sache, ne? So. Gott. Gibt's, ah, hier gibt's auch noch was. Na, neun. Okay. Schwierig. Okay. Dazu sagt er nix. Gucken wir mal, ob wir noch was anschießen müssen. So. Weiter drüben haben wir auf jeden Fall noch was. Könnte so klappen, ne? Yes. Hier nämlich. Ich hab mich total übersehen. Yes. Oh, blauer Schlüssel. Ah. Ein Pirat weiß, weil er seinen Meister gefunden hat. Hier ist deine Belohnung für dich. Du halb der Haut hegen. Yes. Dankeschön. Das geht auch in so ein bisschen Slow Motion da rein. Na? Okay. Gut. 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 Das ist nur die Frage. Wir waren gerade bei den Piraten. Irgendwie sieht das so verdächtig aus. Aber naja. Wir haben alle Schütze. Und wir haben einen blauen Kiel. Der blaue Kiel hilft uns nur hier für mich gar nichts, oder? Ne. Das ist orange. Schild. Wo waren wir denn mit dem blauen Kiel? Wollten wir nicht auf der ersten Map einen blauen Kiel? Aber dazu müssen wir ja erstmal wieder zurückkommen auf die erste Map. Oh! Hier ist das Polaroid! Oh, wie süß! Was? Ich habe eine Tochter. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich muss meinen Weg nach Hause finden. Oh! Voll süß mit dem Enten kuscheltier! Ist unser Entenfreund noch da? Entenfreund? Da! Doch! Er ist noch da. An das Piratenleben könnte ich mich gewöhnen. Quark sagt die Ente. Okay. Ich suche mal die letzten zwei Kugeln. Soll ich die Laufe? Das könnte da oben auch noch was sein. Bin mir nicht sicher, aber das sieht zumindest so aus. Ah! Ah! Okay! Noch so ein Teil. Ah! Wir brauchen noch Kugeln! Was soll denn das? Oh mein Gott! Das ist ja richtig schwer zu sehen. Seht ihr es schon? Ah! Hier unten drin. Hey! Beim Portal haben wir uns glaube ich am schlechtesten mal rum gesehen. Oh man! Und hier! Wow! Okay! Die Steine pranken mich jedesmal. So! Wo ist jetzt dieses Teil? Hier! Okay! Okay! Wir haben neue Aufgaben. Dann gehen wir natürlich gleich mal dorthin. Dafür sind wir natürlich verkehrt! Danke! Yay! So! Oh! Ja! Nochmal! So! Gott! Okay! Das kann ein bisschen dauern! Ja! So! So! Jetzt weiß ich nur nicht, wie wir gedreht sein müssen. Ich glaube einmal noch. Damit... Damit... Ne! Das passt nicht! Weil wir so... Doch! Das passt! Sehr langs! Nein! So! Und... Los geht's! Oh Gott! Das letzte ist immer so schnell! Quite nice! Wo ist das andere? Da hinten! Oh Gott! Gucken wir mal, ob wir dafür korrekt stehen! Wahrscheinlich meistens nicht! Doch, tun wir! Oh Gott! Machen wir es lieber so, ne? Oh nice! Und da ist auch schon die letzte Kugel! Hallo? Sehr, sehr nice! Jetzt ist mal die Frage, was machen wir mit dem blauen Key? Wie? Gehen wir mal durch das... Tor wieder durch? Eine neue Insel... Oh, die Lava-Insel! Okay! Ja! Habe ich jetzt sagen, das war's auch wieder mit dieser Folge! In der nächsten Folge werden wir uns die Lava-Insel angucken und schauen, was wir mit den bisher gefundenen Schlüsseln denn machen können. Ich glaube, ziemlich am Anfang hatten wir irgendwo den blauen Schlüssel gebraucht. Mal gucken! Mal gucken, was wir damit tun können! Aber in den nächsten Folge bis dahin! Ciao! 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 Ciao!